und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft oh ja wir haben noch ein großes stück an lehm gefunden hier was wir mitnehmen können müssen aber die dunkelheit wird uns hier auch einen kleinen strich durch die rechnung machen wir werden hier wahrscheinlich gleich gar nichts mehr sehen so oh shit oh shit oh shit oh ja jetzt ist so dunkel wir sehen hier kaum noch was ok das ist letztes stück leben da worte schaufel kaputt schon zappenduster schnell nach hause dann gucken wir mal was wir für eine lehmausbeute haben so lehm aus so dort war glaube ich so wenn mich nicht alles täuscht jahre das muss ja dann auch noch gebrannt werden so und so hier kann man es ja auch nicht verwenden zack so wunderbar in kügelchen hätte noch gefehlt naja wir haben klammer hoch und tun das brennen das heißen ist fertig wir haben nicht mehr drin aber hier war noch gold genau wie sieht es hier aus das ohne ströne haben wir das noch rein oh wir haben noch eisen wir haben ja noch öfen hier zack schnell noch gold einräumen auch wieder schon nicht schlecht aus hier mit eisen kohle nur gold können vielleicht noch ein bisschen mehr sein aber passt so gucken wir mal dass wir uns schlafen legen können jetzt sind ja haut hin wunderbar j wir haben die törfen gelassen kann noch mal körper sonnt so pflücken und klang ein bisschen bambus mit ne zucker hoch warum sag ich immer bambus keine ahnung so bisschen lehm hauen wir hier mit rein zack und zack wunderbar hauen wir das auch noch rein gut ist hier den Rest so passt wunderbar so da ist ein creeper den den holm uns der war weg in die höhle könnte man ja irgendwann nochmal rein aber jetzt momentan habe ich keine lust selber erstmal nochmal überblick verschaffen was man noch machen müsste die fall tür ist offen gewesen nicht gut schnell schließen es sieht schon schön aus mit dem feld hier so werden wir mal gucken dass man den nächsten folgen dann den negro wieder mit hier irgendwie dazu kriegen weil wir wollten ja hier noch ein kleines dörfli bauen das stück hier müsste eigentlich noch weg dieses dieser berg wahrscheinlich klein mal ein bisschen entfernen hier damit wir noch baufläche hätten dann brauchen wir noch schaufeln so das und ok holz war nicht mehr da so nun aber zack das dürfte reichen und schaufeln mindestens auf zum ausgang krabbeln wir mal den berg da ab der stört mich sowieso schon eine weile und so kommen wir wieder an erde da kann man ja da hinten wieder ein bisschen erfüllen und da wieder noch was weg und haste nicht gesehen wir kriegen die gegend hier schon schön hin mal gucken wie es dann nur aussieht zum schluss das ist das ist das ist das ist so so hier ist das das ist Das wäre aber oh toll. Geht ja relativ schnell hier mit dem Berg, steht ja scheinbar doch nur aus der Erde, das ist wunderbar und da ist der erste Scharfe hinüber. Können wir aber auch gerade eine tolle Idee mit TNT, den Berg vielleicht wegsprengen sollten, Fragen über Fragen. So. Okay, ab hier beginnt schon Stein. Sollten wir vielleicht doch mal ein bisschen TNT basteln hier. Dann dürfte das ganze auch schneller gehen. Da krabbeln wir jetzt noch diese Schicht ab und basteln dann mal TNT. Mal gucken wie viel wir rauskriegen. Das ist das. Ja, diese Schicht nach oben weg hier. Boah, sind wir drauf, fühlt sich so schön mit der Erde. Oh, da müssen wir viel wegsprengen. Und wir haben Hunger, wir müssen erstmal was snacken. Ich hoffe wir haben noch genug Sprengpulver da, ansonsten müssen wir noch ein paar Creeper jagen. Guck mal hier was drinne. Sieht nicht so aus. Und hier? Nope. Ja. Fünfmal nur. Hm. Gucken wir mal drinnen. Die Truhen noch. Vielleicht ist da noch was. Zweimal. Äh, nix. Da. Feuerzeug brauchen wir. Zweimal. Oh, oh, oh. Das wird nicht reichen. Neunmal. Wow. Einfach mal jede Truhe jetzt abklappern. So. In der Hoffnung, dass wir da noch was finden. Ja, wunderbar. Wow, hier ist ja auch noch Leben. Oh, verdammt. Oh, ist das Bummel. Die drei Lehmkügelchen nehmen wir noch mit. Nehmen wir nischt. Hier hat man glaube ich schon reingeguckt. Machen wir noch schnell hier vorne in diesen Truhen. Oh yeah. Da noch. Da haben wir auch noch was. Okay, an Sprengleitung war es das wohl. Achso, Schießpulver. Sprengpulver. Ich kenne auch noch mal wie es hieß. So. Die Kummerlehräume. Kummerohllehräume. Den auch. Und den auch. Und den auch. Und den. So. Da haben wir noch eine Menge Lehm. Zack. Und. Halt. Zack. So. Geht doch gut auf hier. Zack. Wunderbar. Haben wir gleich nicht. Hauen wir jetzt gleich nächste rein. Hä? Ach. Der ist doch schon gebrannt. Wir müssen den reinhauen. Mann, 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 Mann. Jetzt. Hauen wir erst noch das hier hier rein. So. Wir brauchen Sand. Sand. Ich hätte schwungen können. Wir hatten ganz viel Sand noch da. Okay. Dann müssen wir in der nächsten Folge erstmal Sand abkrabbeln gehen. Wohl. Das dürfte reichen. Wohl. Dürfte eventuell. Ansonsten müssen wir dann doch noch was abkrabbeln. Okay, Leute. Das war's mit dieser Folge von Minecraft. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Kommentar, einen Daumen oder Abo oder alles. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.